Tut mir wirklich leid. Ist in Ordnung, ich war ein Albtraum. Hast du von Nix Bruder Christos gehört? Nein. Vanessa schmeißt eine Woche in eine Party bei sich im Haus. Und ich wollte fragen, ob du Lust hättest zu kommen? Ich würde gerne, aber Kais Oma möchte das nicht. Lisa und Peter werden auch da sein und sie planen eine besondere Weihnachtsfeier. Warum sollte ich dann da hinkommen? Ich finde die beiden, lass das halt ein bisschen schmal in mich. Friedrich wird nicht kommen. Seine Eltern haben sein Auto genommen, seine Frau hat ihn verlassen und er weiß einfach nicht, wie er es beenden soll. Die Einzigen, die bis jetzt zur Party kommen, sind Nix Bruder Christos und seine Frau. Meinst du, dass Jonas kommen wird? Nein. Er kann mich einfach nicht als seine Mutter akzeptieren. Sad. Ich meine, Nick und Annabelle werden da sein. Ich habe Annabelle eingeladen, aber sie meint einfach nur Fuck off. Vielleicht kommt ja Daniel. Ich weiß, du liebst ihn sehr. Daniel wird seit sechs Monaten vermisst. Aber Fritz kommt vielleicht. Nice. Kann er Donata mitbringen? Donata ist völlig verrückt. Sie schreit die ganze Zeit und ist super frech. Sorry. Dafür ist sie wunderschön. Ich finde Lukas ganz cute, aber Kai ist fordernd. Schlechtes Benehmen. Du magst ihn wirklich sehr. Peter, Lisa und Vanessa sind die, über die du dir Sorgen machen solltest. Sie lieben dich wirklich sehr, aber sie kommen mit deinem Verhalten einfach nicht klar. Ich liebe sie auch wirklich sehr und ich wünsche ihnen nur das Beste. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet? Fabian, ich gehe jetzt Donata suchen. Wir zwei reden dann alle mal weiter. Vielleicht jeder überlegen die Kirchen im Trae ап教inen. Dann jewelt die draußen ne sich nicht auf. Ich zu dir meine Besthause Bedeutung. Dannchen dieю. Ich habe wieder hier eine d месяcin- abgaung. Ich bin mir für mich mit diesem Trae Malaysiaar dependent Stress. Wir haben ihm an tinha eine große Herausforderung für diesen Händel. Da sind viele Dinge hier, woher ich ja baten.